Hallo liebe Zuhörer. Im heutigen MedCast dreht sich alles um Zwangsstörungen. Viel Spaß beim Anhören und Mitlernen. Ich will das nicht tun, ich muss aber. Zwangsstörungen stellen für den Betroffenen meist eine deutliche Einbuße an Lebensqualität dar. Das Leben wird nicht mehr als frei empfunden. Die zwanghaften Gedanken, Impulse oder Handlungen engen ein und können zur sozialen Isolation führen. Wie häufig sind Zwangsstörungen? Die Prävalenz liegt bei 1-3%. Männer und Frauen scheinen gleich häufig betroffen zu sein. Wann erkranken Betroffene? Im Durchschnitt liegt das Erkrankungsalter bei ca. 20 Jahren. Meist beginnt eine Zwangsstörung nach der Pubertät, aber noch vor dem 40. Lebensjahr. Haben Zwangsstörungen eine eindeutige Ursache oder entwickelt sich so etwas einfach von selbst? In nur gut der Hälfte der Fälle sind besondere Lebensereignisse oder Stressoren zu finden. Daher schließt man heute auf eine multifaktorelle Genese, in der psychologische, biologische und exogene Faktoren miteinander interagieren. Sicher ist aber auf jeden Fall, dass es eine genetische Komponente gibt. So haben Angehörige ersten Grades ein fünffach erhöhtes Risiko selbst zu erkranken. Wie genau erklärt man sich die Pathogenese? Am etabliertesten ist hier das sogenannte kognitiv-behaviorale Modell. Zum Beginn steht immer ein auslösendes Ereignis. Das kann beispielsweise das Verlassen der Wohnung sein. Darauf folgen nun aufdringliche Gedanken. Habe ich den Herd angelassen? Die negativ bewertet werden. Das Haus wird abbrennen und ich bin schuld. Dies führt wiederum zu unerwünschten Gefühlen wie Angst, Ekel oder Schuld. Nun folgt das Zwangsritual. So geht die Person zum Beispiel zum wiederholten Male in die Wohnung und überprüft den Herd. Das Zwangsritual auszuführen führt beim Betroffenen sofort zu einer emotionalen Belastungsminderung. Er fühlt sich erleichtert, zumindest für eine kurze Zeitspanne. Hat das nicht sogar eine Parallele zur Panikstörung? Hier versuchen die Betroffenen doch auch immer, die potenziell Panikattacken auslösenden Situationen zu vermeiden. Da hast du vollkommen recht. Das Problem an einem solchen Verhalten ist, dass keine Bewältigungsstrategie gelernt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Zwangsverhalten wieder neu auftritt, erhöht sich. Wo liegt der Unterschied zwischen einem sehr vorsichtigen und ängstlichen Menschen, der häufig seinen Herd kontrolliert und einem Patienten mit Zwangsstörungen? Der Patient mit Zwangsstörungen leidet unter seinem Verhalten. Es ist ihm eigentlich bewusst, dass sein ständiges Überprüfen sinnlos ist. Trotzdem hat er den inneren Zwang, es zu tun. Und dann sollte man einen Arzt aufsuchen? Ja, doch leider geschieht das bei den meisten Patienten erst sehr spät. Durchschnittlich dauert es über sieben Jahre bis zum Behandlungsbeginn, in vielen Fällen noch deutlich länger. Warum kommen die Betroffenen erst so spät? Zwangserkrankungen werden in der öffentlichen Wahrnehmung eher tabuisiert. Viele Menschen mit Zwängen trauen sich aus Scham nicht, sich ihrem Arzt anzuvertrauen. Wenn sie unter weiteren Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen leiden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Arztbesuches. Doch leider suchen auch heute nur ca. ein Drittel aller Patienten überhaupt professionelle Hilfe auf. Wie verläuft die Krankheit denn ohne Therapie? Meist wird die Zwangserkrankung chronisch, auch wenn es Phasen geben kann, in denen die Patienten keine Symptome zeigen. Oft haben sie sich einen Alltag angewöhnt, in dem der Zwang in den meisten Fällen durch Meidung des Triggers umgangen werden kann. Wenn ein Live-Event nun die Lebensbedingungen ändert, kann es wieder vermehrt zu Zwängen kommen. An was und wie lange muss eine Person leiden, um nach ICD-10 eine Zwangsstörung diagnostiziert zu bekommen? Der Betroffene muss länger als zwei Wochen unter Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen leiden. Außerdem müssen diese seine normalen Aktivitäten stören und dadurch die Leistungsfähigkeit senken. Welche Möglichkeiten zur Diagnostik gibt es? Im Zohar-Feinberg-Obsessive-Compulsive-Screen ZF-OCS finden sich fünf Fragen, die eine erste Einschätzung über eine mögliche Zwangsstörung geben. Wenn hier Auffälligkeiten zu finden sind, wird in eine vertiefte Diagnostik eingestiegen. Zum einen gibt es die Möglichkeit, dem Patienten mit einer Psychotherapie zu helfen. Leider wird aber bei über einem Drittel der Patienten keine klinisch signifikante Besserung mit der gängigen Verhaltenstherapie erzielt. Daher wird an neun Varianten der Verhaltenstherapie geforscht, die hoffentlich in Zukunft den Patienten effektiver helfen können. Verhaltenstherapie und kognitive Verhaltenstherapie werden sowohl als Einzel- als auch als Gruppentherapie angeboten. Es ist nicht sicher belegt, was den Patienten mehr hilft. Tendenziell scheinen die Betroffenen jedoch aus einer Einzeltherapie mehr zu profitieren. Eventuell ist auch eine kognitive Verhaltenstherapie über Telefon oder Internet möglich und wirksam. In Deutschland wird eine solche Therapie aber noch nicht bezahlt. Eine tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie sollte nur bei Betroffenen angewandt werden, bei denen die Zwangssymptome im Zusammenhang mit psychodynamisch erklärbaren inneren Konflikten auch die Ursache der Erkrankung sein könnten. Standardmäßig werden sie bei der Therapie von Zwangsstörungen also nicht eingesetzt. Werden auch Medikamente eingesetzt? Ja, vor allem Serotonerge Antidepressiva. Insbesondere die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmeinhibitoren, kurz SSRI, sind wirkungsvoll. Der Effekt ist hierbei dosisabhängig und tritt stark verzögert erst nach einigen Wochen auf. Leider spricht ein Drittel der Patienten überhaupt nicht oder nur sehr schwach auf die Pharmakotherapie an. Werden demnach bei der Therapie Medikamente und Verhaltenstherapie kombiniert? Beide Therapieoptionen sind für sich allein wirksam. Ob eine Kombination und Vorteile bringt, ist jedoch umstritten. Bei vielen Patienten wird eine Verhaltenstherapie erst durch Medikamentengabe überhaupt möglich. Jedoch mindert die Gabe von Serotonergen-Antidepressiva auch die Motivation zur Durchführung der Übungen des Therapeuten. Soviel nun zum Thema Zwangserkrankungen. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut, euer Medcast-Team.